Surah 82 Al-Infitar Die Spaltung Offenbart zu Mekka 19 Ayat Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen Wenn der Himmel sich spaltet Und wenn die Sterne zerstreut sind Und wenn die Meere über die Ufer treten Und wenn die Gräber ausgeräumt werden Dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat Oh du Mensch, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn betört Der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt Und in einer geraden Gestalt gemacht hat In solchem Bild, das er immer wollte Hat er dich zusammengesetzt Seht aber, wie ihr das Gericht leugnet Und über euch sind wahrlich Hüter Edle Schreibende Die wissen, was ihr tut Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in der Wonne sein Und wahrlich, die Unverschämten werden in der Al-Jahim sein Sie werden dort brennen Am Tage des Gerichts Und sie werden nicht imstande sein, daraus zu entrinnen Und was lehrt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist Und wiederum, was lehrt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist An jenem Tag wird keine Seele etwas für eine andere Seele zu tun vermögen Und der Befehl an jenem Tage steht einzig Allah zu Und wiederum, was der Tag des Gerichts ist